Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, letztes Mal haben wir einen Arsch voller Loot bekommen. Den müssen wir jetzt natürlich erstmal hier schön versorgen. Dazu alles ins Inventar. Fängt ja schon gut an heute mit dem Reden. Egal, wir werden uns da durchsprechen. Jetzt schauen wir mal, dass wir das einsortiert bekommen. Ja gut, hier können wir den 20er eigentlich voll machen. T-Shirts müssen natürlich auch rein. Plastik braucht man eine neue Lane, wie das so schön heißt. Ach, ich bin hier sehr zufrieden, wie das aussieht. Ich bin froh, dass wir uns die Zeit genommen haben, um das zu sortieren. Können wir jetzt auch noch schön stapeln. T-Shirts habe ich keine mehr. Die Stethoskope bzw. Kupferdraht haben wir noch und da passt genau noch einer hin. So, Klebeband natürlich auch. Hätte ich beinahe nicht getroffen, aber jetzt klappt es. Bleiplättchen haben wir auch. Interessant. Die hat man bis jetzt kaum, würde ich sagen. Und gleich daneben geht es weiter mit diesem schönen Zeug, was das auch immer ist. Ach, jetzt wäre es vielleicht ganz praktisch, das oben hier mal doch aufzuräumen. Ähm, äh, ja, kommen die mal da hin. Wenn das jetzt mehr werden, lohnt sich das. Batterien. Quietschehändchen. Äh, Lampen. Ja, da unten irgendwie. Ach, Plasma nicht Lampen. Sieht aus wie Lampen. Was soll's? Und eine neue Becherleine hätte man eigentlich gebraucht. Passt hier auch nicht hin. Dann, äh, in Ermangelung an besseren Plätzen kommt es einfach mal da hin. Und hier haben wir ja schon die passende dafür. Konserve. Ja, können wir irgendwo hinstecken. Braucht man jetzt aktiv nicht. So ein Offroad-Reifen, den wir gefunden haben, den wollen wir gleich mal zerlegen. Vielleicht kommt hier was ganz Cooles raus. Ich denke zumindest, dass der wertvoller ist. Uh, gar nix. Interessant. Dann sind die, die mit Sternchen markiert sind, auch nicht zum Recyceln. Das finde ich aber ein bisschen doof. So, das Teil nehmen wir mal mit. Die Brechstange. Achso, wir haben noch eine. Dann kommt es erstmal an den anvertrauten Platz. Mit den roten Dingern weiß ich nicht, was ich machen muss. Aufbewahrung in Stationen ist ein Hinweis. Okay. So, die Pistole, beziehungsweise diese Signalpistole kann weg. Das kommt da hin. Die Signale brauche ich. Jetzt habe ich aber keinen schönen Platz mehr dafür. Kommt sie eben rein. So, und die drei Sachen schmeißen wir mal in irgendeine andere Kiste. Und Zahnräder kommen da oben rein. Vielleicht brauchen wir sie ja. Und dann kann es auch schon losgehen. Da noch was drin. Oh ja, dann bietet es sich ja an. Gut. Kann man noch irgendwas machen. Aufgemotzte Stiefel. Plus 35% weniger Fallschaden. Auf jeden Fall 35% weniger Fallschaden. Nullleiterpullover. Schutz vor elektrisch. Das ist natürlich auch fancy. Achso, wir sind schon bei allen Ausrüstungsgegenständen. So viel können wir also nicht machen. Hier hätten wir auch noch einen Spind. Wir haben aber, glaube ich, einiges an Energie, was wir sinnvoll einsetzen könnten. Was ist das? Das ist ein größerer Spind. Den wollen wir natürlich erstmal haben. Wir brauchen sehr viel Speicherplatz, habe ich das Gefühl. Achso, das kann ich, glaube ich, wo immer hin machen. Ist egal. Hier ist doch ein schöner Platz. Und weg mit dem Schrott. Und solange das da aufbaut, fragt man mal die schöne Mülltonne, ob sie schöne Sachen für uns hat. Ein Gummi. Kupferdraht. Gummi. Kupferdraht. Immer abwechselnd. War es das schon? Na komm, das geht doch nochmal besser. Was bist du denn? Reparaturkit. Sag dir doch, das geht besser. Das freut mich aber. Was müssen wir denn reparieren? Ach, vielleicht den Offroad-Reifen. Wird da auch wieder entrustet? Weil die Felgen sehen sehr rustig gerade aus. Nö, sieht nicht so aus. Vielleicht müssen wir drüber lackieren. Wer weiß es schon. So, die primitive Platte und so weiter sieht ganz gut aus. Stoßstange sieht nicht gut aus. Die müssen wir nochmal überstreichen. Ah, hat aber einiges abbekommen hier. Die Seite und die primitiven Platten hier. Nein. Hätte ja, wie gesagt, neue Stahlplatte lieber ran machen sollen. Was soll's. Einmal noch heilen. Einmal voll tanken. Nicht, dass wir das vergessen. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Der Tank war ja fast leer. So. Und dann würde ich quasi behaupten, dass wir das anhängen können. Lackregal hilft gerade nicht. Großer Spind ist ein großer Spind. Sehr gut. Da kommt mal das rein. Batterie aufladen müssen wir natürlich auch. Gibt schon viele Sachen, die man hier beachten muss. Das finde ich ganz spaßig eigentlich. So. Und das kommt aufeinander. Und Entchen auf Entchen. So. Können wir irgendwas Schönes noch machen. Stahlblech. Limpulsimiter. Oh, den haben wir ja auch noch nicht gemacht. Stahltür. Dann schauen wir mal, ob wir erforschen können. Lass mal hier natürlich reinschauen. Ne? Können wir nicht reinschauen? Gerade nicht. Ich muss wahrscheinlich erst ausführen. So. Dann schauen wir mal, was wir noch so erforschen können, bevor wir losgehen. Schnellzappsäule. Hiermit kannst du dein Fahrzeug schneller auftanken als mit jeder herkömmlichen Zappsäule. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll das ist. Ich finde, das geht eigentlich. Ah. Hier oben. Ich kann nur mit VASD steuern, nicht mit dem Mauszeuger. Na gut. Was haben wir hier oben? Großer Spind nochmal. Autoteile spinne. Auch nicht schlecht. Das ist das. Verbesserte Antenne. Fehler. Da braucht man eine Leiterplatte. Wir hatten doch eine Leiterplatte. Habe ich die verschrottet? Das wäre die nicht. So. Leiterplatte. 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 Da. Eine hergestellt. Dann verbessern wir mal hier die Antenne, würde ich sagen. Bestätigen. Und muss ich das wieder auf dem... Ja. Muss ich auf dem Dach installieren. Wer hätte das gedacht? So. Wenigstens können wir wieder gut hoch. Und mal sehen, was das bringt. So. Größer wird es auf jeden Fall schon mal. Das sieht nach einer besseren Antenne aus. Hätte ich jetzt einfach mal so gesagt. Schau mal hier nochmal kurz in den Kofferraum. 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 Joa. War jetzt nicht weltbewegend. Aber immerhin ein bisschen was. Achso. Hier wollte ich ja gar nicht ran. Ich wollte hier nochmal ran. Was haben wir denn? Knotenpunkt. Riechstabilisator. Mit diesem Gerät kannst du ein modifiziertes Scannersignal an einem Knotenpunkt aussenden und diesen damit verändern. Keine Ahnung, was das bringt. Was braucht das? Labile Energie haben wir nicht. Das braucht auch eine Leiterplatte. Prüfmodul. Achso. Für die Mackenmaschine. Fortschrittliche Werkbank. Hochgenaue Fertigungen möglich sind. Das braucht auch labile Energie. Schade. Hier Faxgerät. Braucht eine Leiterplatte. Können wir mal machen. Vielleicht können wir da die roten Gegenstände reintun, die wir gefunden haben. So. Leiterplatte. Ja. Damit. Und jetzt schauen wir mal. Bestätigen. So. Wo stelle ich dich denn am besten hin? Gleich hier. Na gut. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt den modernen Standard von uns erfüllt, das Faxgerät. Aber vielleicht kriegt man ja sinnvolle Nachrichten oder mehr Gegenstände. Aktuell sehe ich nichts. Kann man das kennen? Kann auf jeden Fall. Glaubst du kannst in deinem Auto die Welt verändern? So funktioniert das nicht. Okay. Keine Ahnung. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Kriegt man schon wieder negative Kommentare, wenn man sich an irgendwie so elektronisches Zeug anmeldet. So was haben wir denn noch mehr Werkzeug? So was haben wir denn noch mehr Werkzeug? Mehr Werkzeug mehr gut. So ein Befreier wäre doch ganz gut. Kleine Sprengung, einzelne Autokomponenten kann man abdrehen, das hätte ich gerne. Und schön lernen. Vielleicht können wir dann sowas wie Stahltüren oder Stahlplatten tatsächlich abschneiden von Autos oder Trucks, die wir sehen. So, jetzt kann ich nichts mehr erforschen. Hat alles weiß geleuchtet. Dann wollen wir noch schauen, kann ich denn das schon craften? Ja. Braucht sogar ein Thermoskristall. So. Den würde ich dann gleich mal mitnehmen. Oh, ist zum Glück nicht so groß. Dann würde ich sagen, stapeln wir das hier und dann kann's eigentlich losgehen. Ich lade nochmal zur Sicherheit die Batterie. Weiß nicht, ob ich richtig stehe. Ich denke mal, das wird ja irgendwie funktionieren. So. Und wie kommen wir jetzt zum Wegpunkt? Gar nicht. Das ist aber schlecht. Ich dachte, dann müssen wir zuerst hier hin. Das ist natürlich... Ja, müssen wir da durch, weil ich kann's aktuell nicht auswählen. Na gut. Dann müssen wir das eben bei der nächsten Tour, sobald's freigeschalten ist, machen. so. So. der Motor ist gelaufen. Das ist immer... Das finde ich merkwürdig. Egal. Wir werden damit klarkommen. hoffentlich wird das nicht schlimmer. Ich muss halt gerade übergegenlinken. Sehr interessant. Hatte ich letztes Mal noch nicht das Gefühl, dass das so arg der Fall war. Na gut. Dann lasst uns mal losreisen. Kriegt man vielleicht noch ein paar Chemikalien. Kann auf jeden Fall nicht schaden. So. Und Zone schon aktiviert. So ein Mist. Was ist denn das? Was sind denn das für Teile? Das interessiert mich jetzt. Das schauen wir uns gleich an. Ja. Mein Auto hat definitiv eine Macke. Müssen wir wirklich mal debuggen. So langsam wird's notwendig. Wie komme ich denn da am geschicktesten hin? Der Straße nach, so wie es aussieht. Ja, querfeldein geht natürlich auch, aber muss ja schon wirklich gut gegenlenken. So, dann müssen wir irgendwo jetzt rechts ab. Oh, das sieht richtig aus. Und die nächste Möglichkeit nach links. Hey, hier ist ja schon jemand vor uns gefahren. Ich sehe die Spuren. Na gut, das ist ja auch eine Straße. Das macht Sinn. Vielleicht ein anormales Fahrzeug. Äh. Hier steht auch ein Fahrzeug. Dann schauen wir mal. Kann das was? Primitive Platte. Ich werde leicht beschädigt. Warum? Gefahr. Ja, Gefahr ist nicht gut. Wollen wir weitergehen. Ich mag es nicht, wenn es zu gefährlich wird. Wenn mich das Spiel schon warnt, dann muss es ja stimmen. Ah. Hier ist auch die Straße. Hätte mal gleich drauf bleiben können. Noch ein Auto. Noch ein Auto. Die sehen aber nicht so aus, als ob sie wertvolles Zeug hätten. Deswegen steigt man dafür mal nicht aus. Oh ja, ein Dummy. So. Sollten gleich da sein. Naja. Wenn schon, denn schon. Auch nee, da ist wieder so ein Teil. Bleibt mir fern. Ach so, sondern einfach solche Stationen. Die Frage ist, was kann ich denn damit machen? Wie kann ich die mal auf die Fresse hauen, wenn er zu nahe kommt? Nein. Mein Auto in Ruhe. Wieso ziehst du das irgendwo hin? Ah. Die Fackern sind anscheinend auch dafür gut. Ich habe gesagt, ich mag euch nicht in Container. Lasst es mal, Jungs. So. Schön einsammeln, was einzusammeln ist. Lass das Auto in Ruhe. Ja, ja. Statuen. Ich hätte glaube auch ganz gerne Taschenlampe. Die hätten wir auch erforschen können. War ich leider ein bisschen zu doof, das tatsächlich zu machen. Weil die Fackeln sind rares Gut im Moment. Vor allem, wenn mehr von diesen Puppen auftauchen. So. Haben wir hier was, was wir machen können? Künstlicher Sperrgebiet irgendwas. Kann ich damit was machen? Normalerweise gab es ja hier so eine Konsole. Boah. Aber an der kann ich gerade nicht schalten. Kann ich nicht mal zählen. Doch, kann ich. Und was bringt das jetzt? Hoch kann ich wahrscheinlich nicht. Öh. Ich sehe zumindest keinen offensichtlichen Weg. Hat das etwas gebracht? Bringt mir das etwas? Finden wir es raus im Auto. Ah, wir haben einen Platten. Nein, lass mich doch in Ruhe. Arsch. So ein Arsch. Ich weiß, warum mein Auto nach links lenkt und letztes Mal so komisch aussah. Wie ist... Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Braucht irgendwie ein Abdicht-Kit oder sowas. Kann man ja hoffentlich machen. Nö, gerade nicht. Reparatur-Kit. Hilft es. Ein Weg, das rauszufinden. Äh... Nein. Na gut, platte Reifen. Wissen wir Bescheid. Müssen wir irgendwie mit umgehen. Dafür braucht man ein paar Materialien mehr. So. Ab auf die Karte schauen. Ein Hammer aktiviert. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Keine Ahnung, was das bringt. Wir probieren es einfach mal. Ich glaube, wir können ein bisschen querfeldein fahren. Geht schneller. Ist vielleicht interessanter. Weniger Crash-Test-Dummies, die explodieren, wenn man gegen sie fährt. Steile Klippen. Sehr steile Klippen und unfreundliche Häschen. Die wollte ich nicht sehen. Ich mag die heilenden Häschen mehr. Au, 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 au. Bleibt ja fern von mir. Nein, einer hat Besitz von mir ergriffen. Mist. So ein Mist. Kann ich die nicht einfach abschütteln? Ja, mach halt den Scheinwerfer an und Scheibenwischer auf. An. Auch an. Komm schon. Nein, ich habe doch Offroad-Reifen. Wäre vielleicht besser, wenn einer keinen Platten hätte. Na gut, ich schätze mal, wir müssen ganz kurz parken. Ah, der wird abgeschleppt. Dann geht es weiter. Nein, ich wollte nicht aussteigen. Da ist noch einer drauf. Mist. Also, heute läuft es gar nicht. So. Bin ich euch los geworden? Ich hoffe mal. Ne, 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 ne. Da klebt noch einer dran. So, ausrüsten. Weg mit dir. Gibt es doch gar nicht. So, vielleicht kommen wir jetzt hoch. Vielleicht auch nicht. Ich bin nicht optimistisch. Ich bin optimistisch. Es klappt. Ach, ohne Häschen ist alles ja viel besser hier. Da ist wieder Wechselwirkung. Autos. Müssen wir ganz da hoch fahren. Sieht danach aus. Hm. Ich probiere es mal. Hier vielleicht an der Kante, aber... Oh je. Steigung zu stark. Komm schon. Du schaffst es. Ja. Zieh. Ah, krasses Auto. Könnt meins nicht. So. Ja. Ich weiß. Deine Reifen leiden und ich leide mit dir. So. Dann wollen wir hier mal kurz anhalten. So. Ja, das mit dem Reifen ist echt ärgerlich. Vor allem, wie blöd bin ich, dass mir das jetzt nicht aufgefallen ist. Leuchtet grün. Kann nur gut sein. Hier mit dem ganzen Zeug. Und ich brauche noch mehr Zeug. Ich muss hier irgendwie meinen Reifen trotzdem auf der Mission noch flicken. Hm. Anscheinend hat es gereicht an Ressourcen für mich hier. Mehr will mir das Spiel nicht geben. Was ist denn hier das Radio? Äh. Weiß ich tatsächlich gerade nicht, wie ich das ausschalte. Nö, ist egal. Dann fahren wir mal weiter. Wieso ist der jetzt grün und der andere verstehe ich nicht. Der wird gerade grün angezeigt auf der Karte. Aber beim anderen habe ich den Schalter doch auch umgelegt. Das muss ich doch nicht in einer bestimmten Reihenfolge machen, oder? Das wäre ziemliches Hin- und Hergeeier. Das finde ich nicht so gut. Und da gibt es wieder die Anomalieblasen. Dann fragt mich, ob das Portale sind, wenn man mal direkt reinfährt. Oh, Stabilitätsanker. Nehme ich. Und ich nehme natürlich auch, was hier hinten drin ist. Sehr gut. Denkt mal, wir sind weit genug entfernt, dass die Anomalien unser Auto jetzt nicht kaputt machen. Oh. Das hat denen aber auch nicht gefallen. So. Nein, kommt doch nicht zu mir. Nein, nicht mein Auto. Das ist doch im Parkmodus. Och nee. Lass mich los. Sehr gut. Ja, ich weiß. Das hat uns gar nicht gefallen. So. Bevor der noch auf andere tolle Ideen kommt, gehen wir jetzt mal zum nächsten Wegpunkt und legen da auch den Schalter um. Nein. Nein, 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 nein. Es ist nicht gut. Das ist generell nicht gut. Oh, oh. So sollte es nicht sein. Was machen wir jetzt? No Teleport. Oh. Ah. Oh, wenigstens was. Hier ist schon ein bisschen, ist egal, da war schon ein bisschen Instabilität auf dem Boden. Okay, Crash Test Dummies. Über die sollte man natürlich nicht fahren. Das Auto hat wahrlich genug gelitten. So, haben wir hier gleich die Straße. Ja, und können auch links rum fahren. Kommen wir noch am Gebäude vorbei. Beziehungsweise an ein paar Gebäuden. Sieht aber auch unfreundlich aus hier. Egal. Wir stellen das Auto mal ab. Und dann schauen wir mal. Nein. Garantiert nicht Irscher wieder. Weg. Nein. Da ist das Auto in Ruhe. Will doch nur in Ruhe looten. Könnt ihr nicht gegenseitig oder klappt das auch mit Fackeln? Nö. Nö, 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 nö. Na gut, wir hoffen mal, dass das Auto da einfach stehen bleibt. Nicht liegen bleibt. Und dann müssen wir looten. Oh, primitive Autotür. Die bringt im Moment gar nichts. So, ich sehe gerade mein Auto nicht. Ich hoffe, das entfernt sich nicht von mir. Oh, Gefahrgutschrank mit Chemikalien. Ist das nicht schön. So, was haben wir denn noch hier? Sieht sehr unergiebig aus bis jetzt. Na. Zumindest hier eins von jedem praktisch. So, kurz mal spähen, ob das Auto... Ja. Da steht's gut. Aha. So langsam gewöhne ich mich an die Teile hier. Okay, die ist verschlossen. Aber das können wir ja mit dem Hammer lösen. Oh, drauf gehämmert. So. Doch, nicht so viel Loot in den Containern. Ich muss leider wieder eine Fackel entzünden. Sonst sehe ich ja überhaupt nichts. Oh, der Alarm geht los. Ich glaube, dann wird die Zone jetzt instabil. Ja. Also stabil sieht's gerade nicht aus. Zumindest der Part hier. Überhaupt nicht. Ich hab noch 48 Leben. Wie passiert das denn? Hä? Ich dachte, das ist jetzt nur temporär. Ich seh's nicht auf der Karte. Das find ich irritierender. Aber hier ist es auch nicht mehr vorhanden. Merkwürdig. Dann können wir eigentlich aber wirklich umdrehen. Alter, wie beschädigt ist das Auto? Das stand zu lange allein draußen. Normalerweise ist das doch immer so angegeben, wenn das hier... Ach, das ist nur so ein Truck, über den man springen kann. Na gut. Da kann man nichts machen. Ich würde der Straße dann einfach mal weiter folgen. Nicht unbedingt in hier die gelbe Zersetzung fahren. Dann würde es schon laufen. So, Straße, Straße, Straße. Das hier wird die Straße sein. Sehr schön. Doch, die Zone wird kleiner. Dann müssen wir umplanen. Und zwar müssen wir da lang. Also das Alarmsignal scheint damit verknüpft zu sein. So, jetzt bin ich natürlich völlig falsch, um da hinzukommen. Vielleicht können wir hier links aber durch. Huiiii. Das sieht aber echt nicht gut aus, mein Auto im Moment. Schauen wir mal, dass wir es zumindest ansatzweise repariert bekommen. Komm schon. Wir müssen weiter geradeaus, um auf die Straße zu kommen. Eieieieiei. Wird das durchgeschüttelt. Und was ist denn das für ein cooles Fahrzeug? Dafür müssen wir noch kurz Zeit haben. Und die Figuren springen halt in die Luft. Das muss reichen. Sommerreifen. Aha. Arda Investigator. Ach, das haben wir schon mal gehabt. Können wir hinten reinschauen. Äh, ja. Das sieht doch gut aus. Da nehmen wir noch das hier schön mit. Was ist das? Abgeschirmte Stoßstange. Uh, die hätte ich natürlich auch gern. Kriegt mal oben rein, wenn wir schnell sind. Dürfen wir halt auch nicht zu viel Zeit verplempern. So, das war schon mal gut. Und kriege ich jetzt irgendwie den Reifen ab mit dem anderen coolen Werkzeug hier. Oh oh, was hat der gemacht? Ja, da ist er. Kann man vielleicht den Reifen hier wechseln. Ich glaube, wir sollten erst mal weiter. Er fährt ja. Na gut, bisschen Zeit haben wir noch. Sieht gut aus. Das machen wir dann auf jeden Fall bei der nächsten Gelegenheit. Dass wir den Reifen entweder austauschen oder dann tatsächlich reparieren. Jetzt haben wir ja eigentlich auch genügend Materialien zusammen, damit wir das können. So, das ist glaube ich nur ein Generator, der gerade nicht so wichtig ist für uns. Hui, auf der richtigen Straße und gleich am Ausgang. Anscheinend haben wir aber noch ein bisschen Zeit. Also das Gelbe zieht sich jetzt nicht so schnell zusammen, wie ich es vermutet habe. Sind ja auch noch praktisch in der ersten Zone. Also da passiert nicht so wirklich viel. Da ist nochmal so ein Tanktruck. Den können wir noch vielleicht ein bisschen Offroad reifen. Sehr gut. Ein komplett ganzer Nehmenhammer nicht. Sondern hier. Ich hoffe, einer reicht. Ja! Das ist ja klasse. Ich hoffe, ich wechsle jetzt auch den richtigen. Leg den mal ab. Und weg mit dir. Weg mit dir. So, einmal ranschrauben. Sehr schön. Reifen ist wieder geflickt. So soll das sein. Das Werkzeug ist ja klasse. Kann ich hier noch mit irgendwas interagieren? Eine Stahltür. Die Stahltüren haben wir doch schon. Noch irgendwas. Offroadreifen. Benzin. Das ist klar. Stahltür. Nein! Hieschen Alarm. Und ganz weit gehst du weg. So, irgendwas was hier noch. Die Stahltüren sind auch ein bisschen beschädigt. Hätten wir auch austauschen können. Aber für jetzt reicht das. Wir gehen mal in die nächste Zone. Bevor uns hier noch ein Hieschen verschleppt. Er lenkt aber immer noch ein bisschen komisch. Vielleicht weil ich gerade Offroad bin. Na, gefühlt lenkt er immer noch ein bisschen nach links. So, dann wollen wir mal hier rein. Haben wir ja geplant. So. Und jetzt schauen wir erstmal. Das hier unser Auto auf extreme Bedingungen. Krux mit der Schwerkraft erhöhte elektrische Energie. Wir reparieren jetzt erstmal ein bisschen das Auto. Und am besten uns selber gleich mit. Ein Hilf-Item. Das wird auch gut funktionieren. So, rein mit allem, was wertvoll ist. Die abgeschirmte Stoßstange könnte man natürlich auch installieren. Ist egal. Braucht man erstmal nicht. Das sieht gut aus. Fackeln habe ich leider viel zu wenige. Weiß immer noch nicht, ob ich die craften kann. Ich denke nicht. Zumindest sehe ich es nicht. Reparatur-Kit haben wir im Auto. Haben wir hier. Was reparieren wir denn? Vorne auf jeden Fall was. Motorhaube muss geschützt werden. Die primitiven Platten sind egal. Scheinwerfer ist auch erstmal egal. Das wird schon irgendwie passen. Oh, die primitiven Platten sind fast durch. Und die Stahltüren hier zumindest mal ein bisschen. Will ja auch nicht alles verschwenden. So. Kommt wieder rein. Ich denke, das muss für den Moment reichen. Au. Wieder die Rübe angehauen. Wieso stürmt das denn jetzt schon wieder so? So. Wir brauchen auf jeden Fall dieses Ding da unten. Da würde ich als erstes hinfahren. Sonst kommen wir doch kein Portal durch. So. Und Licht. Links hat definitiv einen Hau. Sollte jetzt keinen Platten mehr haben, aber fährt immer noch nach links. Benzin sieht mau aus. Vielleicht findet man ja eine Tankstelle. Ansonsten haben wir zwei relativ große Kanister dabei. Das wird schon laufen. Scheinwerfer läuft zumindest ganz gut. Damit können wir ein bisschen was sehen. Und dann gegen nichts fahren. Auch nicht gegen die Steine da. Und dann an der nächsten müssen wir einfach geradeaus. Okay. An den nächsten Kreuzung geradeaus. Das kriegt man doch hin. Ich habe jetzt gar keine Station so wirklich gesehen. Auf der Map, die unser Auto heilen könnte. Das ist ein bisschen tragisch. Okay. Wir müssen da lang, wenn ich es richtig deute. Ups. Wo sind wir denn gefahren? Gegen einen Baum. Wo ist der denn hergekommen? Naja. Dafür haben wir ja die Stuhlstange repariert. Dass genau sowas abgefedert wird. So. Boah. Sieht hier ganz schön anormal aus. Aber erst mal das Portal. Beziehungsweise den Stab... Nein. Meine Scheinwerfer. Batterie ist futsch. Mist. Mist. Warum? Die sollte sich doch aufladen beim Fahren. Können wir hier noch rein. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer, Hammer. So. Wir brauchen auf jeden Fall unser Starthilfe-Ding. Obwohl Starthilfe brauchen wir ja nicht mal. Jumps-Starter. Vielleicht kriegt man die da mit bisschen an. Ich hole mal die Fackel. Vielleicht habe ich was übersehen. Ach, das wird nur die Außentür sein. Dann hat es sich nicht gelohnt. Wagenheberwehr hier. Ansonsten ist nichts von Bedeutung da. So. Dann schauen wir mal. Nicht da rein. Sondern hier. Starthilfe. Brauche ich das? Hier irgendwie. Nein, ich will meinen Vergaser-Motor nicht rausnehmen. Kann ich die Starthilfe irgendwie... Nee, ich will sie auch nicht werfen. Danke. Ich lasse mal im Inventar... Mist mit der Batterie. Das hatte ich nicht gedacht, dass wir dafür natürlich Strom brauchen. Zumindest ein bisschen. Läuft der Auto? Oh, läuft. So. Bisschen heller dürft es jetzt sein. Straße ist rechts von uns. Kann nicht behaupten, dass ich sie sehe. Vielleicht müssen wir unser Auto einfach elektrisieren. Da, es funktioniert ja wieder. Fahrzeugschutz beeinträchtigt. Das ist nicht gut. Oh, zerlegt es meine Karre. Aber wir haben es durchgeschafft. Und wir haben wieder ein bisschen Licht. Gehen wir vielleicht mal ein bisschen direkteren Weg. Aber das kann doch gar nicht sein, dass das jetzt so stark beschädigt ist. Was mache ich denn mit dem Auto? Boah, da müssen wir kurz anhalten. Und noch ein bisschen Reparaturding drauf machen. Ein Glück haben wir was dabei. Boah, wieso ist die Zone denn gerade heute so gefährlich? Die Stahltür ist komplett hinüber. Die Platte auch. Ich habe das Gefühl, wir hätten da nicht durchfahren dürfen. Weiß auch nicht, wie ich da drauf komme. So, Scheinwerfer. So, Scheinwerfer, ja, passt. Bevor die Platte ganz zerbricht und wir sie nicht reparieren können, machen wir diesen hier. Oh, die ist auch fast weg. So, einmal können wir noch. Ah, warte, das machen wir lieber auf der Fahrerseite. Wenn das geht, wäre es ja klasse. Wunderbar. Puh. Also, ideal ist anders, aber ich weiß da gerade auch tatsächlich nicht, was passiert ist. Guckt mal, hier haben wir eine Heilungsstation. Okay. Ziel Nummer 1 hat sich geändert. Wir müssen unbedingt da hin. Auch wenn es querfeldein ist. Das Auto ist in so einem desolaten Zustand. Und schau mal einfach mal, dass wir da gut ankommen. Einfach querfeldein und geradeaus. Nur nirgends runterfallen oder sonstig von einer Anomalie irgendwie attackiert werden. Heimtückisch. Ja, das sind heimtückische Klippen. Gemeine Häschen. Kaputte Häschen. Keine Ahnung, warum die es so heißen. Wir lassen das Auto ja reparieren. Alles gut, alles gut. Nein, 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 nein. So, da. Unmittelbar vor uns müsste sein. Ah, das wird notwendig sein. Mein armes, armes Auto. Musste wieder unter mir so stark leiden. Und einmal voll heilen, bitte. Oh, danke schön. So, einfach mal parken. Batterie füllt sich auch. Das ist ja wunderbar. Schau mal, ob wir hier irgendwie noch... ...manuell was machen können. Ich glaube nicht. Oh, eine Kiste. Hammer. Nehmen wir natürlich mit. Nehmen wir natürlich alles mit, was hier drin ist. So, das Bauwerk haben wir noch gar nicht gescannt. Obwohl es so ein freundliches ist. So, ich weiß noch nicht so recht, was die gelben Punkte sind. Vielleicht Störungen oder Fehlverhalten. Kann alles sein. So, jetzt aber. Und ich glaube, wir fahren einfach nochmal auf der Straße entlang. Und wir haben kein Benzin. Also wenig Benzin. Einmal nachtanken. Einmal nachtanken. Äh, wo ist denn? Da. Ja. Na, zumindest so. Bisschen mehr als halbvoll. Kriegt man es mit dem kleinen. Wir hätten ja noch einen größeren dabei. Also gar kein Problem. So. Dann kann es jetzt aber weitergehen. Schön auf die Straße. Wenn wir sie denn finden. Müsste ja... Ne, nicht ganz. Was mache ich denn für ein Mist? Die ist doch links von uns. Äh, ja. Müsste vor uns sein jetzt. Äh, Anomalie sehe ich schon mal. Oder was auch immer da leuchtet. Hallo? Jemand da? Was ist denn das? Natriumlampen. Okay. Stimmt. Da braucht man den Staubsauger für. Wie mache ich den nochmal gescheit mit dem Sauger und dem Lampengehäuse? Sauger habe ich doch dabei. Ah, ich werde trotzdem sagen, wir brauchen unbedingt das Portal, sonst kommen wir nicht zurück. Keine Zeit zum Looten aktuell, sonst bleibt man wirklich gestrandet. So, Straße, 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 Straße. Gerade hatte ich sie doch noch. Müsste in die Richtung sein. Behauptet zumindest die Karte. Ich sehe noch nicht so wirklich Straßen. Ah, naja. Wird sich ja nicht irren, das GPS hier. So, da muss es sein. Na wunderbar. Und so eine schöne Straße. Wir müssen auf jeden Fall mal beim Auto die Macken raus machen. Das man im Gegenlenken geht mir so langsam schon auf den Finger. Ja, wenigstens Radio hat sich ausgeschaltet. Nee, wieder an. Oh, wieso ist die Straße denn blockiert? Mist. Mist. Vielleicht ist der Motor auch nachhaltiger geschädigt. Also, ich bin mir fast sicher, wir sollten nicht hier durchfahren. Vielleicht sollten wir kurz da durchfahren. Vielleicht geht es hier ganz schnell. Hui, okay, okay, das war die Gravitation, die beeinträchtigt wird. Ja, ja, das kann nicht gut sein für ein Auto. Wenn das auf so einer Höhe fällt. Ein Glück war ich so gut gefedert. Sonst hätte es garantiert am Hintern weh getan. So, jetzt aber Stabilitätsanker und dann nichts wie raus hier und erst mal die Wunden lecken. Aber vielleicht haben wir da eine Straße freigeschaltet zum eigentlichen Missionsziel. Das wäre jetzt so mein Wunsch, dass es doch irgendwie klappt. So, gleich zu unserer Rechten sollten wir auch schon mal einen kleinen Stabilisationsanker finden. Na komm, bevor die sich's anders entscheiden. Ja, da rechts ist er direkt. Ich würde sagen, ich halte hier an. Da ist wieder das mit der Gravitation. Das ist Pech für mich. Glaub, da sind wieder Natriumlampen. Wir nehmen erstmal hier alles, was wir kriegen können. Hui. Und hüpft. Au, 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 au. Bin doch gehüpft. Mehr hüpfen geht nicht. Nein, da kommt ja... Was bist du denn? Nein! Warum? Was hab ich dir getan, Spiel? Nein, mein Auto leidet. Schnell raus hier. Wo sind eigentlich die Portale? Reicht noch nicht. Oh, oh. Und hui. Ich hoffe auf ne weiche Landung. Nein. Wieso immer so abrupt? Na, wenigstens hält das Auto was aus. So. Nächste müssen wir nach rechts. Ein Geschwindigkeitsmodul. Das brauche ich im Moment nicht. So. Hier rum. Wir brauchen unbedingt den Anker, sonst kommt man nicht nach Hause. Zumindest nicht an einem Stück. Ui. Ah, da vorne ist er ja schon. Ich stelle mal das Auto hier ab. Nicht, dass dem Arm noch was passiert. Hat heute schon genug gelitten. Na, komm schon. Ich will nicht attackiert werden. Ich will doch nur das Ding mobsen. Kann doch nicht so viel verlangt sein. Und... Wer es gefunden hat, darf es behalten. Nein, Instabilität. Bleibt mir fern. Nein. Den wollte ich doch. Oh, 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 oh. Ich glaube, paar von den Anzügen wären hilfreich. Wieso habe ich denn schon wieder einen Platten? Hab den Reifen doch erst gewechselt. Hab doch nicht wieder den kaputten Reifen dran gemacht. So, wenn wir jetzt ein bisschen zurückkommen, können wir vielleicht das andere Portal aktivieren. Also, bevor wir eins von den weit entfernten auswählen... Was leuchtet hier denn gelb? War das dieser Speedboost? Na, ich glaube fast. Und die Instabilität schleicht rein. Zumindest oben links auf der Map sieht man schon was. Okay, ich würde sagen, wir können natürlich auch, wenn wir hier auf der Straße sind, ganz bequem das da auswählen. Und ab geht die Luzi. Nur nicht durch Strom fahren. Ich glaube, wir sind klug genug da, diesmal ausweichen zu können. Ja. Das läuft doch. Aha, das sehe ich anders. Ach, das sind ja Babystrahlungseinheiten. Dann sind wir ja komplett sicher hier. Na also, wir schaffen es heilen, aber wir schaffen es nicht gut, heilen. Also, dass das Auto jedes Mal unter mir so leidet. Wir haben es extra hoch heilen lassen. Ah, man kann nicht alles haben. Zumindest sind wir zurückgekommen. Zumindest sind wir zurückgekommen. Brauche echt eine bessere Batterie. Lass die Scheinwerfer so leiden. Ich glaube, der Motor ist einfach zu heiß geworden. Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe, der hat ein paar Icepacks für meinen Motor. Und? Braucht doch gerade gar keinen Kupferdraht. Das Reparaturkit nehme ich gerne. Die Fackel auch. Platte brauche ich nicht. Die primitive. So, was ist denn alles kaputt? Okay, die ist jetzt nicht mehr gebrochen, aber auch nicht ganz heil. Verstehe, wer will. Ach so, das ist wahrscheinlich der... In den Scheiben der Riss. Oder? Muss ich die austauschen? Keine Ahnung. Fragen über Fragen. Motor ist immer noch ziemlich heiß anscheinend. Reifen ist immer noch ziemlich platt. Schade eigentlich. Und auch hier die drei Symbole. Drei Platze in der Scheibe. Die kann ich aber nicht... Abdichtkit. Okay, für die Risse brauchen wir das Abdichtkit. Und für den Reifen? Das war, glaube ich, gerade Verschwindung. Und was mache ich bei dem Motor? Mechaniker. Im Eimer. Na, da gehört er nicht rein. Na gut. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich würde tatsächlich sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.